wir haben zurück bei endringen aber ich bin bei eben mit so im kuchen soll ich im kuchen das blutschwert ist bilder ich hätte kein welt dazu für diese scheiß würde ist das kommt er später nein ich habe das blut katana schon vorher gekriegt ich habe das doch vorher schon gehabt ich gehe schon mal aufräumen wo wir gleich unser reich krieg dein monschleier katana will ich nicht haben ja ich aber mitte ja das war dein monschleier katana zweiter das ist alle katana und doppelklingen lustig ich weiß wo es ist ich weiß wo es ist das ist normales katana das blut katana ist ganz anderes herz geht also ja ist egal das will ich trotzdem habe ich weiß trotzdem muss es geht hier schlangenknochen klinge mit monschleier als das blutströmige katana als wo das ist das normale katana ja ich auch rechts kurz vor dem roten gemiet das für mich erst die können wir erst die karte suchen geht das holt mal einfach ich weiß schon was ich hier mache ich glaube ich war hier so oft das ist unnatürlich ich gehe die karte holen nicht wie nicht du hast recht ein ritter am arsch entdecken nein habe ich nicht vertrauen ist bei dir aber auch nicht groß geschrieben trauen doch einfach ich schleich mich einfach schniegelitern vorbei aber mit dieser unbedeutung ist sich keiner und hier sind sowieso zwei karten hast du das da markiert irgendwie ja habe ich sehe deine scheiß markierung ja bitteschön ich gehe hier in die unten rein und hol kurz das raus was hier drin ist wird jetzt auch mal machen hol du mal raus was da drin ist wo ist denn der fette in unikasche und schleifmesser ich hole mir tropfen die gegner hier ja ich habe da hinten ja ich bin ja ich mache die anderen wenn du überhaupt jemand siehst fünf stück bei mir wo guckst du hin verdammte scheiße ich bin nicht mal meinen rücken hast du heilige scheiße warum hast du ein holt vor allen dingen weil der typ in seine trompeten geblasen hat der trompeten blaser nicht mal meinen rücken hat die alte auf einmal stehen da sind fünf stück hinter mir toll ich habe bolzen ich hätte kein einschwert hast du nicht verdient ich habe alles verdient also die heilaufsverlust verdient bin oder nicht mal meinen rücken hat die alter steht schon auf der anderen seite und sie tropfen keine krieg irgendwie sind sie ein bisschen buggy gerade warum ich weiß nicht weil die gerade waren wir sind die gerätechen mit ihr will ich mich ja nicht annehmen ich will dich gar nicht die gab es hier und lauf 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 hast du gerade jemanden getötet ja ich habe den anfang schon gehasst hau ab hallo nein nein danke kommen wir zu dir mein Kollege oh ah ich bin runtergefallen nein erst mal wieder ein warmwert mit dem spiel herrgott ja ich muss auch in die war werden da lässt natürlich nix fallen ich will doch mal ein schwert ist das okay gar nicht assozial mit zwei leute oder ich finde das ganz normal so jetzt haben wir uns hier die beiden waffen die es hier liegen welche beiden waffen einmal da in den karren einmal in der karte lichter wert wird getreuen wir was anderes haben als dieses kack nein ich kann es nicht tragen wenn wir uns aufs lagerfeil setzen wie sie so ein video wegen der alten dann haben wir uns noch gleich die andere karte und den anderen punkt aber erst mal die beiden waffen einsammeln war es schon unten im gewölbe drin ich weiß nicht mehr wo sie denken nein war ich noch nicht dann bringe ich erst im gewölbe und dann erledigen wir den rest ich kann nicht noch mal mit zwei händen ich nehme halte dreieck fest und drücke r1 oder r2 r2 dreieck festhalten und hier gehst du unter in den keller und sammels mal auf ach ja in dem keller da bin ich glaube ich dann vorbeigelaufen kriegssturmkämpfer schleifmesser mag das messer von ihm das habe ich aber anfang glaube ich gar nicht eingesammelt wir müssen uns gerne an dem messer nicht erinnern hallo Die quatscht gerade mit mir wegen den Zwei-Finger-Frauen. Obwohl ich... Ich vertraue den Zwei-Finger-Menschen nicht. Ich vertraue weder den Zwei-Finger, noch den Drei-Finger, noch den Fünf-Finger. Gibt's Fünf-Finger? In den Drei-Finger-Menschen. Oh, mein Gott. Spektral-Ros. Hör mal, der Ring noch mal. Spektral-Ros. Geil, ein Ring, den ich eh nicht trage. Bei mir hat er gerade wieder schwarze Bildschirme zum Laden. Heißt, bei mir dauert das immer länger alles. Fläschchen, Zauberlern, Truhe sortieren, Kriegsasche. Rufenaufstieg. Yay, ich kann endlich... Kondition, Kondition mal Leben, oder? Nein, Leben ist Leben. Hier steht aber nirgendwo Leben. Sag bloß, ich fliege gerne nach Videos raus. Kondition ist doch Leben, oder nicht? Ne, ist auch Starer. Also anscheinend mag es nicht, wenn ich Videos angucke. Ach so, Kraft ist... Ach so, Kraft ist Leben. Ach so. Ich guck mal, ohne. Ich guck mal nach, wenn nächstes Video komme, ob ich das wegdringen kann für mich und bei dir trotzdem weiterläuft, ne? Ja. Weil irgendwie pflege ich nach Videos anscheinend immer raus. Videos, die neue Gefahr. Heute in ihrem... Hey, ich hab jetzt ein Pferd. Hey, halt die Gusche. Oh, die Ritter stehen da wieder. Dann auch fein. So, ich muss ja Dinge wieder nehmen. Genau, nimm das Ding. Ich nehm die Pille. Warum klingt das immer so falsch? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil es falsch ist. Oh, falsch. Obwohl, ich würde nicht... Ich würde nicht nen... nen Top voll schwarze... was auch immer essen. Kommt, glaub ich, nicht so gut. Kommt auch an. Also nix. Es gibt auch schwarze Nudeln. Ja. Die sind mit hinten in Fischöl getränkt. Opa. Es gibt auch Lakritz. Schmeckt nur scheiße. Okay. Halleluja. Halleluja. Okay, der Schwert ist scheiße. No sessions found. Also musst du nochmal aktivieren. Geht grad nicht mit dem Kampf. Fangrafen. Ähm. Oh, nimm Grey. Oh, wir haben ne Höhle vergessen. Werden wir grad mal auf. Äh. Äh. Äh, ja. Ich will erst zu meinem Blutkat... Ich will erst zu meinem Katana. Aktivier das Scheißding. Hab ich. Sag das doch. Hab ich doch. Gerade eben. Scheiß hast du. Deine Aussage war, ich will erst das Katana. Ja, will ich ja auch. Das Schwert ist zu schwer. Schmutz. Was denn? Jäger dich nicht, gerne. Äh, nur gerne. So, join. You're joining another player. Dann tu das auch, du. Aber... Ey, warum joinet der nicht? Hör auf zu kämpfen, du blöde Schiff. Äh, ich kämpfe doch gar nicht. Vielleicht auch ein bisschen. Wir sind fast fertig beim Kämpfen. Ich muss mit der Elten reden, vielleicht macht der das bei mir schon mal fertig. Spring. Also, jetzt muss ich noch mal das Ding in den. Ähm, warte. Jetzt hast du es wahrscheinlich ausgemacht, oder? So. Ich hab's gegessen. Jetzt mal auf der Karte gucken. Wo wollte ich denn nehmen? Da ist ein Weg. Da ist ein Weg. Nimm in dem Weg. So, ich hab kurz mal meine Öko-Stufenaufstege gemacht. Jetzt auch zu kämpfen, verdammte Scheiße. No Sessions found, siehst du, du hast es ausgemacht. Ja, dann hab ich. Hab ich. Ich hab so lange an, bis du es wieder ausmachst, außer ich fliege raus. Your word is no open. Oh. Weiß nicht, was du von mir willst. Dass du aufhörst zu kämpfen, wenn ich versuche, zu join. Fick der Kacke. Hä? Ich weiß nicht, was du willst. Ich sag jetzt, will er mich nicht mehr beitreten lassen. Leckt mir doch die Füße rund. Nimm dich alle zu wörtlich. Ich weine ja nur. Okay, ich bleib, glaub ich, bei meinem Nüppelchen. Der 4, ich geh noch mal raus, ich hab die Schnauze voll. Bin nicht? Unbeliebt. Du machst dich unbeliebt. Dann mach ich mich unbeliebt. Kann auch noch was dazu. Du machst dich unbeliebt. Du bist ein Arsch. Danke. Bitte. Schmutz. Alles gut? Was hast du denn? Was auch? Was ich halt an Elden Ring so bemerkenswert finde, ist halt, dass du hier rumrennen kannst. Und mir auf den Sack gehen kannst. Auch. Ach ja, Blitz. Ich wollte gerade sagen, Hilfe. Hilfe. Hör auf zu kämpfen, weil ich verpurgele dich gleich. Ich kämpfe nicht. Ich laufe durch die Gegend. Wenn ich jetzt versuche, beizutreten und wieder kämpfen, dann... Ja, kommst du nicht vorbei. Nehme ich mit dem Rapier und hau dir das so tief in deinen... Ach, komm mal da um. Hab ich da hin oder da kommt ja runtergesprungen. Ne, da laufe ich, oder? Habst du runtergesprungen? Bist du ein böser Mann? Wieso kann ich dir nicht mehr beitreten? Weiß ich nicht. Ich hab's auf jeden Fall angenommen. Also angemacht. Mach mal kurz Pause. Dass du einmal außen rein kannst. Hier außen rein kannst. Dass du einmal ins Hauptmenü gehst und dann wieder ins Spiel rein. Ach so, ja. Richtig arsche gerade. Ja, warte, ich muss da eben mich irgendwo hinstellen, wo ich nicht gerade von einem Riesen zerkloppt werde. Ich fühle mich gerade gemöpt. Äh... Warte! Warte! Warte, warte! Ich meine, ich darf mich irgendwo hinstellen! Okay, jetzt bin ich immer an der Wand gebackt. Ah! Ist er weg? Okay, du siehst mich nicht. Da kann ich mal irgendwie ins Hauptmenü... Ähm... Ich kann das Spiel nicht beenden. Warum? Weiß ich nicht, der lässt mich das Spiel nicht beenden. Bist du besoffen? Der lässt mich nicht beenden, das ist grau unterlegt. Ich kann da nicht raus. Ich kann auch nicht zum Desktop zurück. Dann geh irgendwo hin, wo du sicher bist. Der hat dich immer noch auf den Kieker. Meinst du? Nee. Ich bin sicher, der rennt ja von mir weg. Dann versuch's jetzt nochmal. Gott. Mach ich doch gerade. Anfänger. Hab ich immer noch nicht. Ich lauf mal einmal weg von dem. Natürlich, irgendwie. Ich muss mich doch gar nicht mal in Ruhe lassen. Warte, ich teleportier mich mal zu nem anderen. Wohin, ich kann mich auch nicht teleportieren. Kein Wunder, dass da irgendwas nicht stimmt. All players must agree to warpt this destruction. Ach, er sagt dir, ich bin noch in deinem Game. Ja. Drück mal die... You have voted to warpt this. Vote vote to live grant. Failed. Ja, dann halt. Jetzt kannst du teleportieren dann wahrscheinlich. Aber er hat schon mal gesehen, dass ich jetzt dir beitreten wollte. Das war ein Vorteil. Warte mal. So, ich hab jetzt die Welt für dich geöffnet. Ich hoffe, ich hab deinen Horizont erweitert. A whole new world. Oder nicht. Joining another player is a wanderer. Oh mein Gott, es lädt. Diese verkackten Videos schmeißen mich also jedes Mal wieder raus. Oh, ich bin hinter dir. Hallo. Warte mal. Ich hab mich da oben mit dem Dicken angelegt. Was hast du ausgelöst? Ja. Oh, was los ist? Wir können jetzt auch reiten. Wie hast du denn gerufen? Indem ich den Ring ausgerüstet habe und angemacht habe. Was ist so eine Frage? Wo hast du denn ausgerüstet? Wenn du bei Ausrüstung bist, gehst du ganz unten bei den Tränken hin. Ach da, ja, 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 alles gut. Jetzt müssen wir trotzdem mal kurz woanders hin teleportieren. Nein. Doch, müssen wir wegen den Tierrufer gelockt in Noten. Ja. Wollen wir es gleich mal? We have voted to warp. Wo ist das? Du drückst Kater an und dann gehst du auf die Kirche der Anfänger. Kirche. Kirche von Elé. Kirche von Elé. Ach da hinten. Ja, wo der Typ ist. Sobald du das auch nimmst, teleportieren war also interessant. Ja, es ist halt ein Wort. Es heißt ein Voting, aber die alte sitzt bei mir da trotzdem nicht. Wie schnell lädst du verfickte Kacke? Ach doch. Ah, sie sitzt da, oder ist das erste Mal, als dass sie bei mir da sitzt? Oh my god. Ich habe eindeutig längere Ladezeiten. Ja, sie ist bei mir weg. Weil du gerade gekommen bist. Ich saß da gerade vor zwei Sekunden noch. Ich habe auch noch mit der geredet. Unfair. Mann, Black. Das ist Diskriminierung. Ja auch, der verschwindet. Was ist das denn für ein Betrug jetzt? Hä? Lade. Jetzt ist er da. Äh, die brauchen dann nur ein bisschen länger wieder zu Sport oder was? Obwohl, die alte hier will nicht wiederkommen. Hallo, kommst du mal wieder? Gib mir die Glocke, Bitch. Hier, die will dir den Gruen des Wegpunkts. Flasche von der Samarznei. Werkzeugkasten. Bei mir sitzt die alte da nicht mehr. Hast du gut gemacht, Black. Die Kusche, komm weiter. Jetzt gebe ich hier den Tor an. Ich finde halt krass, dass das Spiel keine Ladezeit hat. Für dich vielleicht nicht. Aber da ich mich immer wieder mit dir verbinden muss, dadurch habe ich längere Ladezeiten. Da vorne ist ein Schwein, das war kein Schwein, das war Köln. Da vorne ist ein Dings. Eine Karte ist da vorne noch, falls du es weißt. Ja, die habe ich geholt. Du? Ich denke nur an sich, die alte. Wo ist eine Karte? Kannst du mal diesen grauen Busch da hinten anhauen, der nervt. Ach, da ist das Teil, was ich gesucht habe. Hier vorne ist noch ein Wegpunkt. Ich weiß, da wollte ich gerade hin. Und da vorne ist die Karte, hast du die schon? Eigentlich die andere Karte, die da hinten am Weg liegt. Aber erstmal, komm mal mit. Ich zeig dir was. Du zeigst mir was, du zeigst mir die ganze Zeit schon was. Ich kann dir auch ganz andere Dinge zeigen. Na, lass mal. Da. Guck mal hier vorne. Guck mal hier vorne. Gehen Busch kannst du einmal schlagen. Guck mal. NPC. Lustig, den habe ich noch, den habe ich nicht gesehen. Jemand hat mich in einen Baum verwundet. Komm ich hier auch noch mal runter. Komm ich hier runter. L3. Oder Viereck. Ah. Aber ich schaue mit dem. Ich schaue mit dem. Aber ich schaue mit dem. Oh, ein paar Klaude hat mich in die Tübe. Du warst einfach in das. Ich wurde ausgerufen. Dann habe ich es geflogen. Dann habe ich es. Oh, wenn ich es so neu bin. Oh, wenn ich es so neu bin. Oh, wenn ich es so neu bin. Oh, wenn ich es dann neu bin. Okay. Der erzählt in der Geschichte und so weiter. Ja, habe ich schon. Und der hat mir Pilz gegeben. Ja. Wollen willst du? Nein, wo ich markiere. Und die andere Karte holen. Du musst. Nicht andere. Aber wir sprechen Spanisch. Ja. Ne? Ah. Oh, der schwarze Ritter ist da. Ja, dann. Ein Boss, der nur bei Nacht da ist. Ich weiß. Oh, der schwarze Ritter ist da. Ich kümmere mich um die anderen. Boah, so war das nicht gemeint, dass du mir direkt ins Gesicht springen darfst. Freut mich. Ich kümmere mich um die anderen. Ich kümmere mich um die Fählinge. Du darfst den Boss nehmen. Au. Ich habe nur den Sert an Fragen gemacht. Ja. Ja, ich habe halt keine Waffe. Keine gescheite. Nein, 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 nein. so war das nicht gemeint ich bin dort ich habe den pferd den meisten schaden zugefügt ich sehe es aber das pferd ist irgendwie noch am leben also entweder läufst du ganz weg und du kämpfst ach so du lebst nicht mehr das ist natürlich nicht mehr geh zum lagerfeuer und setz dich hin ruf dein pferdchen nö ich laufe ich bin sportlich ich bin sportlich ich bin sportlich im sterben jetzt setz dich hin und halt die klappe du bist sportlich ich mach dir nur ich mach dir nur 35 damage ich bin sportlich ich bin sportlich mann und schon hatte so ein pferd amarsch auch wenn ich durchgucken das nicht durchgucken ein fernrohr ach guck mal da kann man von oben gucken da ist der retter da sind wir ich habe mir meine seelen auf da ist das tor da ist da unten ich sehe dich bist du schon wieder ein prügeln unfreiwillig ich wollte eigentlich nur den scheiß käfer haben weil der ist jetzt auch noch blöden viecher ja auch die andere buchenseite guckenseite ignorieren und weg denn naja mache ich welche kackbraten hatten fälle in der rücken geschossen bin ich bescheuert du war doch irgendwo noch die karte egal ich gehe dann erstmal da in die ruine rein komm mal wissen du gerade aus und dann bei der ruine hin ruine warum dahinten weil hier bin die bosse ist der leichte besiegen und wir dann leuchtfeuer haben den pc nehmen braucht nein prinzessin eisenherz ist doch hier man kann ein paar seelen ich weiß da kommen die riesen ignoriert mal ja ich brauche ihnen besseres schwert wir holen dir gleich dein schwert ja ich bin auch ein schwert ging es ja noch mal rein nach hier rum hier und dann hier rein hör auf die pflanzen zu schlagen ja weil die pflanzen planche plagen billig boss ich weiß die wand die sind nicht so schwer oh hi ich sollte nicht da hin wo du ihn gehst ich bin sehr nett von dir wenn du köder spielst ja gerne ich habe nichts besser als zu tun das weiß ich schaden machst du sowieso gerade geil das muss ich dir zuzuhören das muss ich dir zuzuhören nein das muss nicht das muss ich dir zuzuhören ich weiß nicht ich weiß nicht ob du gerade gefoltert mir was ist denn das entschuldigung dahinter ist ein mpc den wir brauchen diese synchronität ist sehr lustig ach sie nicht meinst du ja 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 ich will lernen ich will lernen nein die brauchen wir für einen erfolgmacher ich bin dafür wir suchen gleich mal die andere karte so du willst jetzt katana ja und die karte gerne mit dem mehr auf der karte sehen ich war da auch wo das ist ach so da hinten ja ich hab schon ja wir können erst das katana holen das ist auf der sichtbaren karte ja wir können lass uns erst die andere karte holen hallo pferd okay aua hau du fuck ey ich hab einen Handschuh gekriegt auf zu tröten du tröte ich tröte nicht äh ich tröte wer mein ich ach so ich kann mein fertig gucken ja ja manchmal brauchst du dafür zwei drei versuche komm mal kann ich nicht ich kann nicht auf der karte gucken warum kann ich nicht auf der karte gucken warum kann ich nicht auf der karte gucken hier runter ich kann nicht auf der karte gucken wo sie dafür erst runter ok ich kann es auch vom pferd also da liegt es nicht ich kann es nicht ich kann es nicht ja ich bin hier ich bin hier ich möchte mich gerne erst die karte einsammeln damit wir ein bisschen mehr sehen ja da will ich ja gerade hin Hä käfer käfer iiiiih oh bleib hier hier oben stopp 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 wer du fällst da jetzt runter Schön, dass du einen Käfer hast. Ich habe nichts bekommen. Jetzt kann ich auf die Karte gucken. Siehst du mich eigentlich auf der Karte? Ich weiß nicht. Hast du Markierung gesetzt? Nein, nein, ich meine, siehst du mich als Spieler. Ach ja, siehst du, ich sehe auch dich. Hast du noch irgendwo... Hä, warum fünf? Was für fünf? Da hinten bist du. Warte mal, komm ich da runter? Ich sterbe doch, wenn ich da runter springe. Wie bist du hier oben runter gesprungen? Ich bin hier runter gesprungen. Ich bin hier runter gegangen. Wie bist du runterge... Oh, ich habe meine Karte. Ja, ich nicht. Wie bist du da runter gegangen? Stück für Stück. Ich bin immer am Rand, dass ich wusste, wo ich runter kann. Ach, wie doof. Ich weiß, was man machen kann. Doof bist du auf jeden Fall. Irgendwo hier war doch noch ein Leuch. Ich wusste doch, hier gibt's. Kann man doch... Easy runter. Oh Gott, ist der dunkel der Wald. Heilige Scheiße. Da ist der Händler. Das heißt, das Leuchtfeuer ist hier vorne. Irgendwo. 2% vermünster sich der Sachen töte sie alle. Da ist auch der Kugel. Jetzt nicht noch mal das Leuchtfeuer. Das schwimmst du etwa gerade. Nein. Ohohoho. Nein, du bist nicht. Warum? Wieso sollst du dir das dann sagen? Weil er mir grad geschrieben hat. das läuft hier vorne irgendwo hier ist das doch ich stehe doch da nein hier ist auch noch irgendwo ich bin am ehrenbaum ich komme hier unten bist du ja ich kann das schloss mal du musst da unten entschlossen ja weil wir dafür was kriegen das müssen wir auch und hier ist noch ich bin gerade bei dem baum der hier die die dinger macht und die käfer unten dran sind war da ist der brunnen in der nähe ja den brunnen habe ich damals stehen und missraten am ist käfer nicht nicht mehr gehen hier noch nicht weg so ich sollte hier mal die markierung was passiert wenn ich alle piecher hier weg macht nichts kriegt man doch nicht jemals für weil ich habe nein das sind nur aufladungen die teile da gesprungene grüne kristallperle ich habe ein schottschild bekommen und ich habe ein dings bekommen ein schwert noch drops auf dich warten ich komme ja schon zu dir noch schon muss man gucken wo du gerade bist an der markierung mal besuchen ich bin tot ja jetzt musst du gleich deine seelen wieder aufsammeln ja aber da ist ein händler da ist ein händler scheiße bei der alten hast du gerade ein teleport angesetzt ja ich habe teleport an frage gesetzt hatte ich bin gerade im kampf wohin willst du dich denn teleportieren zu dir dann werden hier alle gegner wie das brauche ich soll ja es sind ruhen für uns oder für mich ja aber auch die drops entdeckte los doch das doch vorher hast du dieses ding was man gehirn das ist die zeitweise abhanden gekommen weil ich mit dir rede wo rennt jetzt schon wieder hitz eine seelen sammeln als ob du auf luft reit ist weiß wahrscheinlich auch ach scheiße wattle dude ladle 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 hab ich die liga die lüge an der fahrt wenn du vater umsetzen und er ist ein händler gewesen oder nicht wenn du runtergefallen bist und gestorben bist heißt das dass deine seelen immer noch oben sind aber hier war ein händler und er verkauft verrottertes fleisch anbruch des normalischen kriegers komm zu dir auf mich zu schlagen das habe ich nicht verdient wendest du ach hier bist du also den kürbiskopf ach du scheiße das ist ach du scheiße hast du den kürbiskopf schon ja habe ich gerade getötet das freut mich ich mach mal eben den krieger weg der da steht gegen hier noch drops für dich ja lass mich den machen bei den mann hinten angreifen ich bin von oder angelatsch kommst hättest du denn immer noch bin ablenkung dumme kuh akkater stöhnen fried ich bin immer noch in der scheiß ich renne immer noch in der keule hier rum ich krieg die kretze wenigstens einer von euch beiden hat eine keule in der beziehung heizmaul wirklich warum heizmaul hatte hinter dir nachher wusstest du eigentlich dass sie was besonderes im game gibt das heißt damage ich kann nichts dafür wenn ich einen überklassifizierten ein überklassifizierten maya spiele so wie du mag es halt ein bisschen schwerer erklärt er nicht bitte ha 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 wo tauchst du diesmal auf wahrscheinlich 20.000 jahre ach hier um der ecke um der ecke auf jeden fall da alleine war das spiel so entspannt ich konnte hingehen wo ich wollte jetzt kann ich hier mit den suizidgefährdeten personen rum wer von uns ist suizidgefährdet du sprich lässt mich bei den tod springen moment wollen wir doch mal klären was suizid ist das wollte ich haben das ist für mein blut katana für mein katana das war der typ hier oben übrigens ja ich weiß den habe ich immer mal dann habe ich schon mal getötet ja was machst du da seelen sammeln hier unten ist noch ein nomadisches kriegshandbuch gewesen ja ja ich sammle erstmal die kiste auf hier oben will auch was beitragen ich will hier nicht nur nutzlos hinterher sterben hinterher sterben triff ziemlich gut bei der war heizmaul kommen wir hoch und haben die scheiße auch ein ja ich habe ich komme geflogen oder gerannt ich bin von blut es gibt keine bessere tagescreme als blut reichheitlich ernährstoffen sagte versory auch immer kennst du doch die blut baronen oder nicht ja ja hat das mensch der adams nicht auch gesagt keine ahnung ich hab die adams family nie geguckt muss ich mal machen schande schande die alten filme war gut ich weiß 1991 die adams family war die wohl die beste habe ich gelesen aber der neue mensch der adams film war auch cool hey das ist eine serie war das eine serie meine ich doch nein der jetzige der jetzt rausgekommen ist ist eine serie rausgekommen ne ist doch keine serie ist doch ein film ja ne jetzt rausgekommen ist doch ein film ist doch ein film auf netflix oder sowas ist eine serie davon weder ach das ist eine serie ich habe das wäre ein film gewesen wo bist du am leuchtfeuer okay flaschen flasche hinzufügen schade ich dachte wenn ich eine flasche hinzufügen kriegt nur eine zweite isa manchmal manchmal platz ich dir gerne eins ins gesicht so ich muss erst mal meine karte präparieren den boss haben wir kaputt gemacht den boss haben wir kaputt gemacht beide markieren gut der markieren du mal ich geh mal zu meinem jetzt zum katana so jetzt können wir zum schmerz gehen ja und zwar ist das nein ich weiß wo das ist allgemein auf dem fuße wir beide haben was verschiedenes markiert ne ich habe das mal du hast deine markierung gelöscht ich weiß aber wo das ist auch keine markierung ach so dann sehe ich es besser wie hole ich ihn hier runter was das remote noch nicht aber da ist ein bär und ich will da unten rein hallo bärchen leck was ist sack hast du einfach einen schock bekommen musstest du den unbedingt wach machen musstest du den unbedingt wach machen